Eine freie Gesellschaft benötigt unabhängige, freie Medien sowohl bei Presse, Radio, Fernsehen, Internet und Social Media. Nur der marktwirtschaftliche Wettbewerb zwischen den einzelnen Medienanbietern garantiert eine lebendige, funktionierende Demokratie. Dies ist ein kurzer Auszug aus dem Argumentarium der im Frühling lancierten Initiative «200 Franken sind genug». Das Initiativkomitee, bestehend aus rund 20 Bundesparlamentariern und weiteren Politikern, wehrt sich dagegen, dass die Schweizer Bevölkerung weltweit gesehen die höchsten geräteunabhängigen Zwangsgebühren zahlt. Sie fordern, dass die Gebühren von 335 Franken auf 200 Franken gesenkt werden. Ausserdem sollen alle Unternehmen und Gewerbebetriebe von der Abgabe befreit werden. Die Tätigkeit der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft, kurz SRG, soll sich wieder auf ihren Kernauftrag der Grundversorgung beschränken. Die Gebühren seien zwar immer noch viel, die Reduktion würde jedoch helfen, um die monopolähnliche Stellung der SRG in der Schweizer Medienszene auf ein vernünftiges Mass zu reduzieren. Mit dem Ziel, dass sich im Medienbereich mehr Markt und weniger Staat etablieren könne. Weitere Ausführungen über die Monopolstellung der SRG und die mangelnde Umsetzung ihres Auftrages finden Sie in eingeblendeter Sendung. Die Sammelfrist dauert noch bis zum 1. Dezember 2023. Bis dahin sind 100.000 beglaubigte Unterschriften notwendig, um das Anliegen vor das Schweizer Stimmvolk zu bringen. Bis dahin sind 100.000 beglaubtommst. Bis dahin sind 100.000 beglaubt. Bis dahin ist 100.000 долларов. Bis dahin sind 100.000 bez